wenn wir uns das hat aber dieser Welt hier und hier darf man darf man Briggs wegkloppen weil hier zieht es so aus ob hier zu der Tür ist auf der anderen Seite ist komplett das darf man auf jeden Fall weg du eine Tür wer hätte es gedacht extra-room mal kurz weg da ist ein Steinweg exakt und TNT ich hab's TNT hier kommt man da ist ein Kompass oder andere Werte machen wie Glowy Glowstone oder TNT oder Clay hast du das reingelegt in die rüttige Kiste? da ist ein Kisten ich drück mal den Knopf oh den hab ich doch schon eben geguckt ist der Ausgang Patrick möchtest du da ist Eisen im Ofen möchtest du einen Bogen Patrick es geht noch weiter runter damit wäre ich äußerst zufrieden ja dann brauche ich dir jetzt ein es geht noch weiter runter geht schon mal alles ich hab aber sogar keine Pfeile Maxi warten bis die Kamera mit der Pfeile kriegst du von mir auch ich höre doch mal das Grund um Paket ich hab alles was du brauchst Patrick aber dafür muss es ein tolles die Beiträge tut mir leid okay auch wenn du die Christen nicht machst okay vielleicht doch aber los durch los durch das Paket mit einem Steck und neun Fall das Buch nämlich ich habe hier noch alles auf der Aura und das TNT und er hat meine erste Amtshandlung ist Peter zu abzuschießen so weiter weiter geht dafür ich bin kein Gold sag er ist nach draußen nicht schubsen hey man mag mich ich habe hier aber auch mal in der Komma bei Patrick und immer hier runter in der Regel fallen ich komme ja runter aber ich hoffe ich stecke mich nicht irgendwo fest ich hoffe ich stecke mich hier nirgendwo an da geht es raus kommen wir raus passt auf da ist Holz das war ein Loch wo er die Lage so wie ich das Prozent dafür kommt da kommt Peter er zähle wie soll ich gedacht ich hab doch geschafft weil alle so schlecht diesen Turm auf die Kommen die Motivation das weiß ich hier ist es weiter der Fall der Schöne gespoilert guck mal hier geht es raus da hier weiß noch nicht wenn er schon mal alles aus Lebkuchen Prozent Achtung Was ist das? Peter, du bist so strunzdumm. Hast du es absichtlich aktiviert? Nein, ich hab's erst gemerkt, als es gespät war. Wo war das TNT? Oh, Peter, du Trottel. Fail. Ihr könnt euch zu mir porten, ich bin sehr sicher gerade. Das ist doch voll die Lüge. Nein. Peter, du bist so dumm, ich hab ein Diamantschwert. Dann spring runter und holst du wieder. Hier ist ein Spawner an der Decke. Ist in dem Turm noch irgendwas Wichtiges? Meine Ahnung, aber ich hab keine Spitzhacke. Ich hab eine Spitzhacke, ich mach's weg. Ich hab eine Spitzhacke, ich hab nur Diamantschwertsacke, ihr Trottel. Ja, wegen mir, weil ich die dir gegeben hab. Hat einer irgendwie einen Bogen? Ehrlich, ein Bogen. Nein, ich töte dich, Peter. Aber damit kann man die... Hier ist noch Eisen und so drin, Patrick, das könntest du gebrauchen. Nee. Nee, nee, gräbe. Nee. Jetzt gehen wir. Ich hab doch gesagt, hier ist TNT. Ihr seid alle so dumm. Ja, natürlich, du wusstest, dass da TNT ist. Ja, und Peter schubst mich einfach runter. Bis letztes Wunder geflogen. Hat dir mal noch einen Bogen für mich? Bald einen Crafton. Achtung. Aufpassen. Guck mal, da hinten das Torbeutel ist. Patrick, stehenbleiben. Ich werf dich hier jetzt eine Goldung. Das ist diese tolle Kirsche. Skelett. In der Kirche bekommen wir ein neues Diamantschwert. Maxi, wo bist du euch? Maxi, warte mal. Oh, dieser Daddy-Dust-Quest in der Kirche ist saugeil. Mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt. Ich bin so ausgeleuchtet. Ich baue das ab, komm her. Das Teil hier ist neu. Ja, hier geht's hoch. Soros, da können wir dann auch rein. Ich glaube, man darf Spawner gar nicht abbauen, oder? Also Spawner stellen da glaube ich eine Ausnahme da. Ich hoffe es mal für dich. Kommen wir jetzt auch zu? Weil sonst weggst du unglaublich. Achso, da sind viele Viecher drin, wie du siehst. Da sind sehr viele Spinnen drin. Wie kommen wir hier rein? Von innen. Ja, aber da muss man doch irgendwie reinkommen. Und das ist einfach nur so ein Gag. Über die andere Seite kommt man rein. Kommt bestimmt übers Dach rein. Ich schieße hier schon mal ein paar Spinnen ab. The Marvel Gallery. Ich glaube, wir kommen von der falschen Richtung. Wir sollten eigentlich aus der anderen Richtung kommen. Warte, die Spinnen sind erst mal tot. Ja, vor allem sollten wir nicht sterben. Danke, Peter. Ja, schuldige. Ich kann nicht dafür, dass du so flirte bist. Ich kann nicht dafür, dass du so scheiße dumm bist. Wo lauft die denn schon wieder lang? Ich versuche jetzt in diesen Turm von der anderen Seite reinzukommen. Ich versuche einfach mal den anderen. Tower of Guardians. Denen aus der Anderswelt. Denen aus diesem Turm sein eigentlich. Imperial Guardians. Hat es irgendwas gebracht, diesen Hebel? Ach so, das war wahrscheinlich der TNT-Hebel. Ja, man müsste eigentlich hochkommen. Guck mal, hier geht's raus zu dem anderen Turm. Das könnten wir kaputt haben. Dann kommen wir durch. Ja, das ist aber so gedacht, da bin ich mir sicher. Ich glaube, ich töte dich, Pat. Die Zeitbomb ist hochgegangen, ich muss kurz mal weg. Los, kommt ihr hierher? Ja, ich bin hinter dir, wie immer. Ich bin... Hat jemand Holzstöcke und einen Faden? Musst du nur noch kurz die Welt retten. Ich habe Holzstöcke und ich habe auch Fäden. Ja, auch das. Wo seid ihr schon wieder langgelaufen? Da gibt's nix. Nein, wir sind aus dem Dach vom Spinn-Turm. Aber da gab's Spinnen. Ich habe gerade das Guardians-Gate unlockt. Ey, ihr seid schon wieder hier weggerannt. Wartet doch mal auf die langsamen... Hey, gebt mir so einen verschissenen Bogen. So. Holz. Im Leben. Hey, das ist weiter. Wir machen das unten. Wir gehen jetzt runter und kämpfen uns jetzt aus dem Turm wieder raus. Geht ihr, ich will eine Stöckscher? Und in diese... Moment. Oh, Patrick, du Trottel. In diese andere Stadt mit der Kirche. Ja, der Kirchenquest ist geil, wenn ich mich erinnere, dass es wirklich diese Kirche war. Los, gebt mir die Fäden. Die Fäden des Schicksals. So. Peter. Gehe weiter, mein Tass. Oh nein. Ich bin nicht dein Tass. Meine Ahnung, es hätte die Zeit sein können. Oh, Tass. Ah, dein Tass bildig. Okay, los geht's. Wo seid ihr nicht hingegangen? Also es gibt jetzt... Ich habe Angst und deswegen bin ich mal weg. Tschüss. Lennart, wo seid ihr hingegangen? Hey, bei mir sieht TNT aus wie ein Geschenk, weil ich ja das meine Kraft Weihnachtsberg drauf habe. Lennart, wo seid ihr? Zombie! Wir sind in den Turm. Lennart, wo seid ihr? Welcher Turm? Oh, der Stoß. Welcher Turm? Oh, du bist so dumm, Maxi. Aber ich sehe deinen Namen. Was war das denn? Der hat sich gesprengt. Maxi, ich sehe deinen Namen. Maxi? Maxi? Ich wollte dir gerade sagen, wo wir sind. Hast du die Sachen aus der Kiste oben mitgenommen? Äh, nicht alles. Ja, halt die wichtigen. Ja, das Buch, soll ich das mitnehmen? Was gibt's hier unten? Oh, ich hab mir eine Stahlhose genommen. Wo geht's hier nach unten? Äh, mach, ich ziehe doch noch Sachen rein, die du mitnehmen sollst. Achso. Äh, ich hab noch was. Hier. Oh Gott, wo seid ihr denn jetzt schon wieder hin? Könnt ihr nicht einfach mal warten? Nee. Ich kack dir an, wenn ich nicht warte und selber warte dir nicht. Richtig. Korrekt, boah. Das Maul. El korrekt, boah. Aber ordentlich. Auf, runter. Unten gibt's nichts, so wie's scheint. Ganz runter. Nicht weiter runter. Ja, ihr habt ihr da nicht grad was mit TNT? Da geht's raus, den Trottel. Das hat ein Creeper freigelegt. Ja, jetzt geht's wieder raus. Da sind wir jetzt wieder hier beim Anfang. Lass jetzt mal versuchen zu dieser einen ominösen Kiste zu kommen. Spinnenweber. Guck, Maxi. Guck mal. Hier geht's raus. Ihr lauft beide gerade in komplett verschiedene Richtungen. Kommt zu Verona-Town. Nein, ich will jetzt zu dieser Kiste da. Da kommst du wahrscheinlich hin, wenn wir andersrum angehen. Ja, du musst da ganz unten sein. Ich hab gerade rausgefunden, wie man hinkommt. Uh, Maxi, lass uns vorne. Verdammt, ich komm nicht ganz hin. Direkt vor Maxi. Oh, wahrhaftig. Ja. Ich könnte natürlich, wenn ihr schlau wärt, auch einfach in das reißende Gewässer springen. Ich schieß mal von hier oben total assassinemäßig runter. Ich will vor dir da sein. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder gesprungen. Nur ein Diamant, was eine Scheiße aber auch. Ich denke, ich könnte trotzen. Ohne Mist. Sonnenhals habe ich schon wieder Sonnenhals. Wir gehen zu Verona-Town. Ja, was ist mit Peter? Ja, keine Ahnung. Los, wir müssen hier weiter. Ich bin so scheiße, wenn Peter bei der ganzen Aufnahme nicht dabei ist. Peter ist tot. Es ist seine Schuld. Ohne, dann kann ich auch noch mal hochzuschwerden. Trottel. Du bist so dumm. Los. Auf, eh. Hallo, wo bleibt ihr denn? Nein, wir gehen erst zu diesem Haus da vorne, dass du hier von hier aus schon siehst, das da vorne. Da, wo ich einen Pfeil in die Richtung schieße. Oh nein. Wo bist du denn? Schieß noch ein. In die Richtung, da gehen wir jetzt hin. Weil das ist so ein Haus, da waren wir noch. Stairs to Verona-Town. Ja, quasi dahin, wo ich ursprünglich hinwollt. Ja, Max, der hat es von Anfang an richtig gemacht, aber keiner hat ihn verstanden. Ihr seid alle dumm. Ey, bei mir sind die Wiesen hier lila. Hey. Hey. Hey, der mit Flachs. Legend's Tale of God. Legend's Tale of God. Legend's Tale of God. It's deep in the Old Boards. Nö, die holen mal nicht, das ist scheiße. Das ist doch, die ist nur Gold. Ich habe hier eine Diamant-Axe. Ja, die habe ich dir gegeben übrigens. Ja, und? Trotzdem habe ich sie. Der rumgefügt. Ah, Spinne! War. Ne Angel und eine Viewpoint. Hey, hallo, ich habe hier so einen Teil gefunden. Wo bist du denn schon? Ich bin in den Wasser. Ich kann aber wieder hochkommen. Ihr wollt mich doch alle Flachs. Maxi war gerade unter Waffe. Maxi stirbt gerade. Es bestimmt eine Kiste. Ey, wir waren hier schon mal, Maxi. Ich würde jetzt über globale Erwärmung sprechen. Nein, Lenn. Ah, da ist eine Kiste. Das Uniglehrer, aber. Ey, hier waren wir aber schon, glaube ich, oder? Ja, hier waren wir schon. Nein, wir waren nicht. Jetzt angeln wir hier mal ein bisschen friedlich. Wir warten hier schon. Weil ich brauche noch einen Fisch, ich brauche noch einen Erfolgserlebnissen. Oh, wir waren. Ah, wir waren hier tatsächlich schon. Maxi, sammle dich ein. Doch, ich sammle alles ein. La, 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 ich gebe es dir doch wieder. Du hättest das nicht einsammeln brauchen. Was habt ihr gemacht? Lennart hat sich gesprengt. Ah, hier, wir sind hier am Anfang von der zweiten Session. Schief Items rüber. Okay, ich packe es in die Kiste. Bei mir fliegt hier immer noch alles. Achso, okay, das war gerade mal. Oh man, ich liebe dieses Paket. Das Weihnachtspaket. Bei mir sind hier überall so Zuckerstangen. Im Boden, versunken. Ich nehme jetzt einfach mal den Glowstore mit, auch wenn ich nicht weiß, was wir damit irgendwie anfangen wollen. Ja, warte, wir lagern hier am besten mal alles, weil das bringt nichts, die Scheiße mitzunehmen. Das sind aber einige Items, die fehlen noch meine ganzen Pfeile. Das ist auch mal zu, dass das ein bisschen zu vermeiligert ist. Vielen Dank.